So, heute mal wieder was Neckiges gefunden. Eine ganze Batterie von Mauser 98 Munition auf Munitionsstreifen. Tja, sowas findet man natürlich immer wieder gern. Was mich wundert ist, dass diese Patronen hier runde Köpfe haben, warum auch immer. Oder sind die einfach bloß die ganzen Jahre abgefressen, zerfressen? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist die Polizei schon benachrichtigt. Tja, ein paar leere Hülsen sind auch noch dabei. Naja, die haben ja am Wochenende meistens auch nicht viel zu tun. Da freuen die sich, dass die mal rauskommen und sie sowas angucken können. Ein eisernes Kreuz wäre mir natürlich lieber gewesen. Oder ein Gewehr oder eine Pistole. Aber es hat immer irgendwie so ein Bockmist. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor einer halben Stunde haben wir angerufen. Wie lange es dauert, bis die netten Damen und Herren kommen. bis nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020